Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier vom Leipziger Hauptbahnhof. Und wie ihr sicherlich schon am Titel erkennen könnt, geht es heute lange Zeit mit dem schönes Wochenende-Ticket durch Deutschland. Auch ein kleines bisschen, um das zu verabschieden, denn es wird ja bald aus dem Verkehr gezogen. Aber das Ganze soll nicht irgendwie funktionieren, sondern es gibt ein paar Regeln, um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten. Sicherlich hätte man sich jetzt die längste Strecke, die möglich zu fahren ist, ausrechnen können von vornherein. Aber dann ist es ja nicht mehr spannend, um das Ganze mitzuernehmen, sondern das Ganze wird heute folgendermaßen ablaufen. Denn wir werden nämlich an jedem Bahnhof, an dem wir ankommen, auch den nächsten Zug, den wir nehmen können, benutzen, um weiterzukommen. Das heißt, wir werden aus dem Zug aussteigen, zur Anzeigetafel im Bahnhofsgebäude laufen und dann den nächstmöglichen Zug, den wir kommen können, nehmen. Aber da gibt es noch zwei kleine Regeln. Der Zug, den wir nehmen, darf nicht wieder in dieselbe Richtung zurückfahren, aus der wir gerade kommen. Und er darf auch in keine Sackgasse fahren, also das heißt an Bahnhöfe, wo wir jetzt nicht weiter umsteigen können, weil dann würde ja auch ein wenig der Sinn des Ganzen verloren gehen. Und um das Ganze jetzt etwas Praktisches zu gestalten, haben wir uns natürlich den Zug, mit dem wir losfahren, schon ausgesucht. Das ist hinter mir die RB20 nach Erfurt. Der erste Zug des Tages nach Erfurt um 5.19 Uhr, genau. Und damit geht es jetzt gleich los im Morgengrauen in Richtung Erfurt. Der Fahre ist es an der ex-fugte Anwesergenwanderie, der in Richtung Erfurt, der in Richtung Erfurt, der in Richtung Erfurt, der in Richtung Erfurt. Mittlerweile befinden wir uns schon in der Nähe von, oder was heißt nicht in der Nähe, sondern wir befinden uns gleich am Naumburger Hauptbahnhof. Mal sehen, wie wir uns heute insgesamt hinverschlagen werden, wenn ich ihr sage, muss ich natürlich auch zugeben, dass ich heute nicht ganz alleine unterwegs bin und zwar ist Clemens heute mit dabei. Hallöchen! Und das heißt, wir werden heute gemeinsam Deutschland bereisen, ja und dann sind jetzt noch ungefähr eine Stunde Fahrzeit bis Erfurt, wo wir dann das erste Mal schauen müssen, wie es dann weitergeht. Ja, die erste Mal schauen. Ja, die erste Mal schauen. So, das ist jetzt der erste Zug, der fährt Nordhausen, ja hier 56, 6,42 in einer Minute. Hier drüben steht noch die Alternative, die wir gehabt hätten, Lind nach Magdeburg, aber ja, wie man sieht, wie man sieht, ja genau, der steht noch drin und wir fahren aus, nach Nordhausen, herzlich willkommen. Ja, mal gucken, wie wir dann ab Nordhausen weiterkommen. Und da? Ja, mal gucken, wie wir dann. Hallo, Herr. Und da? Ja, ja. Und da? Ja, ja. Tänkchen! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja. Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja. Wir erreichen in wenigen Minuten Nordhausen. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Sie haben folgenden Anschluss. RB80 nach Göttingen über Nordheim um 8.39 Uhr von Gleis 5. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. So, hier mitten auf dem Feld. So sieht es zumindest aus. Wir sind angekommen in Nordhausen und jetzt geht es direkt weiter in 5 Minuten mit dem RE9 nach Kassel-Wilhelmshöhe. Das heißt, da haben wir dann auch schon wieder einen etwas größeren Umsteigeknoten als hier in Nordhausen am Start. Mehr als drei Linien verkehren hier nämlich nicht unbedingt. Naja, auf jeden Fall wird das jetzt erstmal eine längere Fahrt. Zwei Stunden ungefähr. Wir sehen uns dann später. Kassel-Wilhelmshöhe Kassel-Wilmshöhe So, wir befinden uns jetzt eine Viertelstunde bevor wir in Kassel sind. Hier noch im RE9. Man muss sagen, man merkt leider das Frühjahraufstehen ein wenig. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und es ist echt interessant. Mal sehen, wie wir jetzt in Kassel weiterkommen. Demenz, was sagst du bisher? Also, vor allem, wenn man mal eine neue Strecke erkundet. Also, Erfurt-Nordhausen bin ich bisher noch gar nicht gefahren. Und deshalb, ja. Also, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. So, jetzt sind wir angekommen in Kassel-Wilhelmshöhe. Quasi der Hauptbahnhof. Aber er heißt leider nur nicht Hauptbahnhof. Und jetzt gibt es erstmal was zu frühstücken. Das heißt, wir nehmen jetzt nicht direkt den nächsten Zug, der fährt, sondern nachdem er uns was zu essen geholt hat, haben dann den nächsten Zug direkt, wohin man ja auch fahren mag. So, jetzt geht es weiter zum Kassel-Hauptbahnhof. Haha, tatsächlich. Obwohl wir uns doch tatsächlich hier eigentlich am Kassel-Hauptbahnhof befinden. Ne, wir haben jetzt gesehen, dass wahrscheinlich vom Kassel-Hauptbahnhof dann als nächstes es dann weiter nach Frankfurt gehen würde. Oha. So, angekommen am Kassel-Hauptbahnhof ist hier doch tatsächlich mehr los, als ich vermutet hätte. Stehen mehr Züge hier hinter uns, zum Beispiel der RA-X. Da ist er da. Da ist noch der Kante zu Göttingen. Ja, aber trotzdem geht es jetzt mit dem schönen Zug hier rechts nach Frankfurt weiter. Ja, genau. Das wird jetzt die nächste Fahrt sein mit dem RA-30 nach Frankfurt. Ja, genau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also wir sind jetzt quasi nach vorgeschlagener Route nach dem DB Navigator unterwegs Wir nehmen jetzt nicht mehr immer den nächsten Zug der am jeweiligen Bahnhof, also hier in dem Fall schon Aber wir fahren jetzt wieder dieselbe Strecke zurück, was ja eigentlich in der Regel ist, die wir uns aufgestellt haben Dass wir das nicht machen sollen, aber weil wir sonst halt heute nicht mehr nach Hause kommen Obwohl das eigentlich schon relativ lustig ist, ist es gerade mal um drei Aber wir fahren jetzt halt noch acht Stunden wieder bis zurück nach Leipzig Deswegen müssen wir das jetzt so machen, dass wir nach der vorgeschlagenen Route fahren Und deswegen geht es jetzt gleich in 15 Minuten zurück nach Großumstadt Wielwitzbach Perfekt So, hier mit einem wunderbaren Umstrecke-Knoten In Großumstadt Wielwitzbach sind wir jetzt mitten im zwei knappen 3 Minuten Anstieg Aber dafür direkt am gegenüberliegenden Bahnsteig umgestiegen Und jetzt 40 Minuten Fahrzeit bis zum Endbahnhof in Hanau Naja, jetzt hat es jetzt gerade umgeschalten leider, aber ja, da wohl nach Hanau Ich bin nicht, ich bin jetzt auf dem Weg, aber was schaut hier an Das ist HLB und ich wünsche Ihnen einen liebenen Tag. Exit zu der links in der Richtung des Travers Schönen Feierabend Ja, den habe ich erst so Ach Das war eine gute Feierabend Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Vorteil an dieser Reise ist Man kommt in Orte, an denen man noch nie gewesen ist Aschaffenburg heute zum Beispiel Oder auch gerade Erbach Alles andere, an denen ich mich noch nie aufgehalten Oder die ich noch nie besucht habe Ja, jetzt haben wir hier aufgrund 10-minütiger Verspätung vom RA-55 Für eine Stunde auch Ihn Mantelware fährt so Und dass er und dass es ist Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier insgesamt drei Teile, davon fährt aber der vorderste immer noch nach Bad Kissingen Und Oerlenbach Die hinteren beiden Zugteile verkehren nach Erfurt Hauptbahnhof, Mithall in Schweinfurt, Ebenhausen, Münnerstadt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eigentlich wollten wir jetzt gerade mal noch eine Runde mit der Straßenbahn durch die Stadt fahren Aber Sonntagabend ist der Takt mehr oder weniger entspannt Deswegen kümmern wir uns mal noch um einen Ersatzzug, der hier fahren soll Und um den Intercity mit 245 Das machen wir jetzt So, jetzt beginnt die letzte Etappe bis nach Leipzig mit dem Abellio RB20 Da sind wir dann 23 Uhr in Leipzig Wir werden jetzt mal noch ausrechnen, wie viele Kilometer wir heute insgesamt gefahren sind Weil das ist ja das letztendlich, was für uns heute zählt Worum es ja auch im Titel ging Wie viele Kilometer, wie weit sind wir heute gekommen Das rechnen wir jetzt mal aus Um letztendlich auch ein Endergebnis zu haben Also die Strecke war jetzt nicht ganz ohne Wir sind bis Frankfurt gekommen Und das Ziel, dass wir überrascht wurden Wo wir heute hinkommen, hat sich auf jeden Fall auch erfüllt Können wir jetzt schon mal einen Tipp abgeben Clemens, was denkst du, wie viele Kilometer wir heute gefahren sind? 1500 würde ich so um den Dreh etwa schätzen Ich schätze so 1300, schätze ich Naja, aber wir sind jetzt auch nicht ganz wenig gefahren Wir werden es auf jeden Fall mal noch ausrechnen Nächster Halt, Leipzig Hauptbahn So, angekommen In Leipzig Hauptbahnhof nach 18 Stunden Reise Um 5 los Um 23 Uhr wieder angekommen Wir haben gerechnet, obwohl wir haben eigentlich nicht gerechnet Wir haben uns das vom Google Standort System sagen lassen Und das will ich jetzt doch zum Abschluss noch einmal befragen Also insgesamt sind es Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann Bitte, liebe Kamera, fokussiere es Ja, hier dürfte man das sehen Sind es insgesamt 945 Kilometer gewesen Alle einen im Frag Also knapp 1000 Da haben wir uns ein bisschen verschätzt Man hätte, wie ich schon am Anfang sicherlich erwähnt habe Auch noch mehr schaffen können Wenn man geplant hätte Was ist die weitmöglichste Tour Aber dann wäre das Ganze nicht so spaßig geworden Somit haben wir jetzt halt die Herausforderung gehabt Spontan zu sein Und zu schauen, wo wir hin zu kommen Das war auf jeden Fall spannend Wer hätte gedacht, dass wir heute nach Erbach und nach Frankfurt kommen Ich habe es heute Morgen nicht gedacht Ich hatte ja gedacht, ja Kassel hatte ich schon damit gerechnet Ich weiß nicht, dass es sein könnte, dass wir da vorbeikommen Aber Richtung Düsseldorf Aber nicht Dankhof oder Erbach Das ist jetzt sehr frechlich Ja, also 1000 Kilometer, 8 Stunden Reise Ich kann abschließend nur sagen Zwar gibt es das schöne Wochenendticket in zwei Wochen nicht mehr Und wenn das Video gekommen ist, ist es nur noch ein paar Tage hin Bis es das schöne Wochenendticket nicht mehr geben wird Aber man kann relativ natürlich auch für sowas das Bärdeutslandticket nehmen Und egal, wo ihr jetzt herkommt Das kann man ja von überall aus machen Und deswegen, ich kann euch das nur empfehlen Ist auf jeden Fall mal eine witzige Idee umzuschauen Wo man letztendlich rauskommt Man entdeckt Bahnhöfe und Orte, an denen man noch nie gewesen ist Und das auch relativ tostenwitzig für das Ja, und auch wenn man nur wenig Umsteigezeit hat Es ist auf jeden Fall eine Reise wert Uns hat es heute sehr viel Spaß gemacht Abschließend kann ich nun sagen, dass ich euch ganz recht herzlich danke fürs Zuschauen Wir sehen uns dann erst in zwei Wochen wieder zum nächsten Video Da jetzt das 5000 Abonnenten Special vorbei ist Wo jede Woche ein Video kam Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video schon mal gefallen hat Wenn ja, das zeigt mir das doch gerne durch eine Bewertung oder einen Kommentar, den ihr schreibt Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüss!